. Hey Jumann, ich bin SM aus Schaliere. Und letztes Mal haben wir voll ein Lager Pfadi... Nein, Pfadi Lager haben wir gemacht in Rüschlichen. Und dann haben wir ganz neu voll Boys in unserer Abteilung. Und dann haben wir eine konkrete, krasse Anhebung von der Nacht gemacht. Hey, schaust du es mich an? Hey, schaust du mich an, wenn ich mit dir rede? Ja, und dann in der krassen Nacht, wo wir dann so rumgelaufen sind, meine Kollegin und ich, haben wir uns dann so versteckt in der Busch. Weisst du, hinten, unten, beim Busch dran. Und dann sind die kleinen Kinder gekommen und wir haben gemacht, die konkrete, krasse Gäuse und alles sinnvoll. Ja, ich gehe zum Beispiel, das ist eine gute Idee, die Leute denken. Vielen Dank.